hallo zusammen ihr kennt sicherlich alle das problem ihr seid gerade am werkeln am abschleifen oder auch am bohren und es fallen sehr viele späne an die frage ist dann immer wohin mit dem vielen schmutz und staub oftmals bleibt ja auch dieser in den engsten rillen liegen abhilfe verschafft er eigentlich nur ein sehr saugstarker industrie staubsauger und heute wollen euch daher mal die fünf besten und beliebtesten industrie staubsauger vorstellen die zu unserer meinung nach das beste preis leistungs verhältnis bieten wenn ihr so mehr darüber wissen wollt dann schaut euch unbedingt dieses video bis zum schluss an und nun würde ich sagen wir fangen einfach an und starten auch gleich mit platz 5 auf diesem platz landet bei uns der kärcher wd 5 p mehrzweck saugern jetzt gehen auch gleich mal zu den vorteilen über wir haben hier also einen sehr guten mittelklasse sauger mit einem großen behältervolumen von 25 litern das ist nass und trockensauger er hat auch eine zubehör aufbewahrung mit dabei werden integrierte blasfunktion ein patentierten bügelgriff und eine ein und ausschalt automatik die nachteile es ist leider kein edelstahl behälter und er fliegt aufgrund seiner größe leicht um die produkte teils werden wir 1100 watt leistung 8,5 kilogramm nettogewicht 75 db betriebsgeräusche sieht mehr aktionsradius 25 liter fassungsvermögen er hat eine einfache filter entnahme einen drehschalter und erst leicht zu öffnen würde ich sagen schauen wir uns mal diesen mehrzwecksauger hier ganz genau amazon an und ich verlinke euch auch gut in der video beschreibung also schaut dort mal rein klickt den link an und da kommt auch zu dieser seite hier hier können also noch mal die exakten anwendungsgebiete sehen er ist also wirklich sehr vielseitig einsetzbar der preis 121 euro ist wirklich sehr günstig wenn man bedenkt dass man ihn hier wirklich für sehr viele szenarien verwenden kann und auch die leistung geht vollkommen in ordnung der es auf keinen fall irgendwie schwach auf der brust oder sonstiges und auch hier die weiteren produktmerkmale können sich sehen lassen es handelt sich auch hier um ein hochwertiges markenprodukt von kärcher hier noch mal der kurze vergleich zu seinen anderen modellen würde ich sagen schauen uns mal die bewertungen an ich fand sehr gut aus sehr gute verarbeitung tolle saugkraft top gerät und auch alle weiteren bewertungen können sich wirklich sehen lassen wie gesagt den link dazu den gibt es guten in der video beschreibung weiter geht es auch gleich mit platz 4 und lande bei uns auch ein kärcher und zwar der wd 6 p premium kommen auch hier gleich mal zu den vorteilen und zwar haben wir hier einen sehr hochwertigen industrie staubsauger mit 30 liter behälter volumen ist nass und trockensauger hat eine sehr gute saugleistung sein behälter ist aus edelstahl er hat eine integrierte blasfunktion und auch eine ein- und ausschaltautomatik die nachteile etwas hoher preis und ja erst auch etwas schwerer kommt auch gleich weiter zu den produktdetails wir haben hier satte 1300 watt leistung ein gewicht von 9,1 kilogramm 78 db von der lautstärke her 8 meter aktionsradius 30 liter fassungsvermögen eine schöne ablass schraube werden patentierte filter entnahme und einen sehr gut zugängigen drehschalter zum ein- und ausschalten dann schauen wir uns also auch mal diesen industrie staubsauger hier ganz genau auf amazon an und auch diesen verlinkt ihr euch guten in der video beschreibung also schaut unbedingt mal rein und klickt den link an damit ihr zu dieser seite kommt wie gibt es hier in verschiedenen varianten wir haben jetzt die hier ohne sonderzubehör für 183 euro genommen und die bietet mehr oder weniger so das beste preis leistungsverhältnis an wir gehen weiter runter wir können hier noch mal die 1300 watt sehen die er an leistung hat es wirklich hier sehr saugstark und auch hier bei dem produktmerkmalen schneidet er wirklich gut ab er hat im grunde alles was so ein sehr guter industrie staubsauger auch zu bieten hat hier noch mal den vergleich zu seinen anderen brüdern und schwestern und jetzt würde ich sagen gucken wir uns mal die bewertungen an die fallen gut aus ist einwandfrei und top er ist wirklich hier natürlich auch ein markenprodukt weshalb auch hier sämtliche bewertungen zwischen 4 und 5 sterne liegen da würde ich sagen geben auch gleich weiter zu platz 3 und auf diesem platz landet bei uns der bosch advanced weg 20 die vorteile auf einen blick wir haben hier ein sehr großes behälter volumen erst nass und trockensauger hat eine sehr gute saugleistung auch eine integrierte blasfunktion ein antistatisches gehäuse ergonomischen tragegriff und erst sehr leicht zu entleeren die nachteile leider kein edelstahl behälter und erst dennoch etwas schwer immer gleich mal weiter zu den produkten heißt wir haben ja 1200 watt leistung 7,6 kilogramm wiegt der 78 db von der lautstärke 5 mit aktionsradius 20 liter fassungsvermögen er hat ein papierfilterbeutel mit dabei nass und trockeneinsatz in abnehmbaren handgriff und erst auch relativ einfach zu öffnen und auch dies gucken wir uns jetzt mal hier auf amazon genau an die einzelnen abbildungen sehen man kann ja beispielsweise eine bosch stichsäge auch sehr gut daran montieren laubsaugen geht natürlich auch sehr gut mit diesem sauger und den gibt es natürlich auch in verschiedenen varianten wir haben uns hier in dem fall uns für die basic variante entschieden die sehr günstig die gibt es schon wie gesagt hier für 107 euro ist auf jeden fall mal ein blick wert sich den hier anzuschauen wie gesagt den link dazu die gibt es auch unten in der video beschreibung schauen wir uns mal die produktmerkmale hier an hier wird nun mal wirklich alles ausführlich beschrieben was er so alles leistet und auch hier kann man die verschiedenen einsatz szenarien sehen man kann auch wie gesagt sehr leicht entleeren jetzt würde ich sagen schauen wir uns gleich die bewertungen an und auch die fallen gut aus ist ein toller sauger endlich einen der wirklich sauber macht und auch alle weiteren fallen hier durchweg positiv aus wie gesagt den link zu diesem sauger den gibt es unten in der video beschreibung weiß also interesse habt dann schaut dort mal rein und klickt den link an jetzt würde ich aber sagen gehen auch gleich weiter zu platz 2 dort landet bei uns der einhell tc vc 18 12 es fangen auch hier gleich mal mit den vorteilen an wir haben hier einen sehr guten preis ist nass und trockensauger mit einer sehr hohen saugleistung er hat einen edelstahlbehälter den integrierten glasanschluss in ökonomischen tragegriff schaumstofffilter und eine praktische kabel halter und der einzige nachteil ist hierbei ja das etwas kurze netzkabel weiter geht es auch jetzt gleich mit dem produkt details und wir haben hier 1250 weiter leistung an gewicht von 3,2 kilogramm lautstärke von 78 dezibel aktionsradius von fünf metern 17 liter fassungsvermögen wir haben ihren fließbeutel mit dabei ist aus langwärtigen edelstahl gefertigt 2,5 meter netzkabel und er ist auch sehr einfach zu öffnen jetzt schauen wir uns mal hier direkt auf amazon an und auch diesen verlinke ich euch unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein klickt den link an damit ihr euch diesen auch noch mal nach dem video in alle ruhe anschauen könnt auch diesen industrie staubsauger gibt es natürlich in verschiedenen varianten wir haben uns jetzt hier für die ganz normale variant entschieden für einen preis von unglaublich 38 euro 46 ist hier wirklich also ein super schnäppchen da kann man gar nichts sagen also hier auf der suche nach einem sehr günstigen aber dennoch saugstarken industrie staubsauger ist wird bei dem hier garantiert nichts falsch machen schauen wir uns auch hier noch mal die produktmerkmale an wir können schon sehen was es so alles im grunde hier bietet und auch hier gibt es natürlich fließbeutel die ebenfalls mit dabei sein können wenn ihr das passende set auswählt jetzt würde ich sagen gehen wir weiter runter zu den bewertungen und die sehen auch alles sehr gut aus ist hier wirklich ein sehr toller staubsauger ein kleines niedliches gerät was aber dennoch jeden cent wert ist so jetzt kommen wir zu platz 1 unserem vergleichssieger untertland der kercher wd3 premium fangen wir gleich hier mit den vorteilen an wir haben hier einen sehr guten preis ebenfalls eine sehr hohe saugleistung ist es auch ein nass und trockensauger hat einen edelstahlbehälter eine blast funktion an ergonomischen tragegriff hat eine kompakte bauweise integriertes zubehör der einzige nachteil ist wohl dass er etwas laut ist aber ich denke mal bei dem industrie staubsauger spielt die lautstärke keine so große rolle die produktdetails werden ja 1000 watt leistung 5,8 kilogramm und gewicht her 75 db lautstärke in sehr großen aktionsradius von sechs metern fassungsvermögen von 17 litern das ist ein papier filmbeutel mit dabei wir haben hier einen pull and push verschluss er hat eine neu entwickelte bodendüse und erst auch sehr einfach zu öffnen jetzt würde ich sagen gehen auch hier mal auf amazon und gucken uns denn hier noch mal ganz im detail an selbstverständlich verlinke ich euch auch diesen unten in der video beschreibung also schaut mal rein und klickt den link an hier gibt es auch hier in verschiedenen varianten wir haben hier den mit edelstahl behälter genommen weil er einfach hier die robuste ausführung ist und auch der preis ist wirklich sehr gut 68 euro und das für ein so hochwertiges markenprodukt das kann sich also hier wirklich durchaus sehen lassen jetzt gucken wir weiter die produktmerkmale an die uns hier so aufgelistet werden das wird hier alles sehr ausführlich noch mal beschrieben wir können man die einzelnen abbildungen sehen und auch hier noch mal eine kleine vergleichstabelle wo man hier noch mal sehen kann was auch noch an anderen kärcher alternativen gibt ja die bewertungen diesen auch sehr gut diesen preis leistungsverhältnis sieger mehr oder weniger er saugt alles auf egal was und auch die qualität stimmte einfach überein wie gesagt den link dazu den gibt es unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein und klickt den link an ja unser vergleichs sieger der steht also eindeutig fest ist es der kärcher wd3 premium industrie staubsauger schauen wir uns also noch mal die vorteile auf einen blick an werden sehr guten preis das hohe saugleistung ist nass und trockensauger mit einem edelstahlbehälter er hat eine blasfunktion und eine sehr kompakte bauweise so soll es nun gewesen sein zu den fünf besten beliebtesten industrie staubsauger unserer meinung nach wie immer gibt es alle informationen und links unten in der video beschreibung also schaut dort mal vorbei und klickt die links an wenn ihr mehr staubsauger wissen wollt dann schaut euch doch mal unsere seite an www staubsaugertest24.de hier findet ihr wirklich eine sehr große auswahl an staubsauger aus sämtlichen kategorien staubsauger mit beutel staubsauger ohne beutel natürlich akkustaubsauger wir haben hier roboter staubsauger und auch waschsauger zudem gibt es hier sehr viele produktberichte in direktvergleich da gibt es mal testberichte und es gibt auch sehr viele interessante ratgeber zu allen möglichen themen ich bedanke mich nun fürs zusehen würde mich freuen wenn der video einen daumen hoch gibt und unseren kanal abonniert bis bald